Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video mit den Fahrtipps geht es um das Überholen, um Geschwindigkeiten und ganz zum Schluss gucken wir uns noch so ein paar Besonderheiten bei Nässe auf der Fahrbahn an. Hallo, ich bin Erik, bin Fahrlehrer seit über 20 Jahren und möchte dir bei deinem Führerschein helfen. Los geht's! Es gibt immer wieder Situationen, wo durch Aufregung unter Umständen etwas falsch gemacht wird, dass Schilder nicht komplett gelesen werden. Das ist aber ganz, ganz besonders wichtig für dich, auch später in der Prüfung, dass du eventuell nicht, ja, dich vielleicht mit der falschen Geschwindigkeit in bestimmten Bereichen näherst. Vor allen Dingen auch musst du sehr, sehr aufmerksam sein, was so bestimmte Situationen angeht. Das gehen wir, also viele Situationen gehen wir in diesem Video einmal durch. Und was noch ganz besonders wichtig ist, wenn du irgendwelche Anregungen, Fragen oder irgendwas anderes noch wissen möchtest, schreib das bitte unten in die Kommentare. Ich mache mir regelmäßig Notizen über das, was euch noch interessiert und ich versuche das auch immer möglichst in das nächste Video einzubauen oder überhaupt komplettes Video davon zu machen. Also wenn dich irgendwas brennt interessiert oder dir irgendwas ganz toll am Herzen liegt, schreib es unten in die Kommentare. Was immer wieder mal passieren kann ist, so wie auf diesem Bild, dass euch links jemand überholt außer abgeschlossener Ortschaften und dass dieserjenige dann nicht wirklich schneller wird, sondern ab einem bestimmten Punkt einfach verharrt an seiner Position und dass das so ein bisschen untergeht, dass der euch ja effektiv überholt hat. Und das Problem ist oftmals darin, dass ja das so ein bisschen ausgeblendet wird und dass ihr selbst dann halt schneller werdet und dem Gefahr läuft, den halt rechts zu überholen. Also da wird dann ganz oft gesagt, ich überhole den nicht, ich fahre ja nur dran vorbei, der ist ja langsamer als ich. Das ist völlig egal. Also sobald der links neben euch ist, außer abgeschlossener Ortschaften, dürft ihr nicht rechts an dem vorbeifahren, also effektiv ihn überholen. Das wäre ein Überholverbot. In der Prüfung wäre dann die Prüfung beendet. Das darf nicht passieren. Also da müsst ihr wirklich darauf achten, dass wenn jemand links neben euch fährt, auch wenn er langsamer wird, dann müsst ihr halt auch ein wenig verlangsamen. Es ist ein bisschen komisch, aber das Gesetz sagt es halt so. Wo oftmals die Ungeduld so ein bisschen, ja, der Herr der Sache wird, ist, wenn man sich einem Zebrastreifen nähert, also einem Fußgängerüberweg und vor euch fährt ein langsames Fahrzeug. Ob das jetzt ein Fahrrad ist oder in diesem Fall ein Elektrorollstuhl, das macht keinen Unterschied. Wichtig ist, ihr dürft im Bereich vom Zebrastreifen nicht überholen. Also auf den Zebrastreifen nicht und davor auch nicht. Im Bereich von, ja, ich sage es mal, 30, 40, 50 Meter auf gar keinen Fall. Und sobald Gegenverkehr kommt, sowieso nicht. Da wirklich müsst ihr euch gedulden, bis ihr in diesem Fall sogar noch über die Kreuzung hinaus seid. Ihr seht, da hinten ist auch noch eine Sperrfläche. Also das wird eine sehr, sehr lange Fahrt hinter diesen Menschen sein. Das ist aber nicht schlimm. Gerade in der Prüfung ist das alles so ein bisschen aufregend. Und ja, da drückt ihr Ungeduld so ein bisschen. Also ihr macht nichts falsch, wenn ihr dahinter bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Da müsst ihr euch wirklich beherrschen in dieser Situation. Ebenso beim Überholen von Radfahrern oder Radfahrerinnen. Es ist ganz wichtig, dass ihr wirklich Geduld bewahrt, bis ihr wirklich ausreichend Platz habt, um einen Radfahrer oder Radfahrerin überholen zu können. Also ihr müsst wirklich abwarten. Euch nicht da durchquetschen. Ich sehe das immer wieder. Da wird viel, viel zu dicht aufgefahren. Ich bin natürlich dann immer mit dem Fuß auf der Bremse, damit dann nichts passiert. Aber ihr dürft nicht vergessen, in der Prüfung darf ich, beziehungsweise darf der Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin nicht eingreifen, weil sonst wäre die Prüfung beendet. Das heißt, ihr müsst euren Abstand behalten. Und das ist auch wieder so eine Geduldssache. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr hier wirklich wartet. Kurz nach dieser Situation ist ja auch noch eine Kreuzung. Das heißt, da könnte auch nicht überholt werden. Also ihr müsst in solchen Situationen wirklich Geduld bewahren, um dann nicht eventuell einen Fehler zu machen. Also es kann natürlich auch sein, dass die Radfahrerin dann links über die Kreuzung möchte und links abbiegen möchte. Das heißt, wichtig ist, behaltet im Auge, haltet den ausreichenden Abstand und dann passiert auch nichts. Und wichtig, passt die Geschwindigkeit dem Radfahrer oder der Radfahrerin an. Auf der Landstraße mit so den Kleinstfahrzeugen haben wir auch das Problem, dass immer wieder die Ungeduld der Chef, der im Auto wird. Und das darf halt nicht passieren. Hier sehen wir auch noch, hinten dran steht 45. Das heißt, wir wissen von vornherein schon, wie langsam wir fahren dürfen, maximal. Oder besser gesagt, müssen. Und ihr dürft natürlich nicht vergessen, wenn wir außerhalb geschlossene Ortschaften sind, müssen wir auch mindestens die halbe Geschwindigkeit in Metern an Abstand haben. Das heißt, hier wären es bei 25,5 Meter. Das ist ein bisschen eine komische Zahl. Aber das ist schon eine ganze Menge. Das heißt, hier, wenn wir jetzt mal sehen, wir sehen auch vorne ja gar nichts. Das heißt, der Abstand muss eh erst sehr groß sein, damit dort nichts passiert. Auch wenn der noch so schön zur Seite fährt. Wir dürfen in diesem Fall nicht überholen, weil wir können nicht weit genug nach vorne schauen. Die überschaubare Strecke ist zu kurz, als dass wir überholen dürfen. Und das ist wichtig. Wenn ihr auch einen Kilometer dahinter bleibt, dann ist es halt so. Lasst euch bitte nicht drängen, auch nicht durch euch selbst, oder weil ihr nach hinten schaut, weil der Prüfer mit im Auto sitzt. Gerade der möchte natürlich sehen, dass ihr die Geduld bewahrt. Und hier seht ihr einen wahnblinkenden Bus. Das erkennt man daran, dass der Blinker links und rechts an ist. Und jetzt sehen wir auch noch, dass die Bremsleuchten an sind. Das heißt, dieser Bus steht definitiv. Und wir dürften jetzt an ihm vorbeifahren, vorsichtig, mit maximal Schrittgeschwindigkeit. Das heißt, auch auf dem linken Fahrstreifen, oder sollten da noch mehrere Fahrstreifen sein, dann sogar auf allen Fahrstreifen. Außer wenn eine bauliche Trennung in der Mitte ist. Aber das sehen wir jetzt hier auf diesem Bild nicht. Ich habe das auf der Landstraße gemacht. Also effektiv kurz vor der Landstraße, um genau zu sein. Es ist wichtig, dass ihr spätestens ab dem Bereich, wo der Bus anfängt. Ich habe dazu ein Video gemacht, wie man sich verhält an einem wahnblinkenden Bus. Ich blende das oben dann mal ein. Und wichtig ist, dass ihr wichtig, dass wenn ihr an dem Vorbeifahrt, dass ihr wirklich noch nach dem Bus schaut, ob da jemand rüberlaufen möchte. Also nicht so die Nase vom Bus erreicht und dann Vollgas wieder Gas geben. Das darf nicht passieren. Ihr müsst also wirklich noch mal vor dem Bus zur Seite schauen, ob da nicht noch eventuell jemand steht und vielleicht rüberlaufen möchte. Also ganz wichtige Sache. Noch interessanter wird es natürlich, wenn der Bus gar nicht wie ein Bus aussieht. In diesem Fall haben wir einen Schulbus. Das Zeichen ist hinten. Wir sehen hier durch den Sonneneinfall ein bisschen schlecht, wie der Wahnblinker leuchtet. Dies ist aber ein Schulbus. Und es gibt auch noch ganz andere Arten von Schulbussen. Die sind noch kleiner. Manchmal sind das so Fahrbetriebe, die auch im Schulbusbetrieb sind. Das ist ganz wichtig, dass ihr wirklich, wenn jemand an der Bushaltestelle steht, immer erstmal schauen, sieht das nach einem Bus aus oder nicht. Wichtig ist, dass ihr erstmal auf jeden Fall langsamer werdet. Dann wirklich genau hinschauen. Nicht, dass ihr dann, wie in diesem Fall, wenn wir da nicht richtig hingucken würden und einfach sagen, ach, das sieht aus wie so ein Transporter, würden wir vielleicht mit 50 dran vorbeifahren. Dann wäre die Prüfung sowas von zu Ende. Und ja, dann würde es auch hinterher noch ein bisschen Gemäcker vom Prüfer geben. Aber ihr müsstet auf jeden Fall eine zweite Prüfung machen. Und das würde euch natürlich super ärgern. Also hofft immer drauf, dass ihr in der Führerscheinausbildung solche Situationen habt, dass ihr wirklich auch mal andere Fahrzeuge, die effektiv nicht wie ein echter Bus aussehen, an der Bushaltestelle stehen, sodass ihr da auch mal lernt, zu reagieren. Das kann man natürlich nicht üben. Das ist immer so ein Glücksfall. Aber freut euch drauf, wenn ihr wirklich so eine Situation habt, dann wisst ihr nämlich in der Prüfung schon genau Bescheid, wie ihr euch zu verhalten habt. Wenn ihr irgendwo Geschwindigkeitsbeschränkungen habt, in diesem Fall jetzt mit den Gefahrzeichen, der Rückenwanderung darüber, das ist aber unabhängig davon, schaut, wenn ihr ein Zusatzschild da drunter habt, was steht da? In diesem Fall wären die 50 nur von 20 bis 6 Uhr. Das heißt, alles von 6 Uhr 1 bis 19.59 Uhr könntet ihr ganz regulär die Geschwindigkeit fahren, die dort regulär erlaubt ist. Das ist ganz wichtig, dass ihr nicht irgendwo einfach nur eine Zahl seht und eine Vollbremsung hinlegt. Das wäre fatal. Das wäre super gefährlich. Vor allem, das macht ja sonst niemand anders. Weil die anderen schauen ja auch die Schilder an. Also bitte, lest Schilder immer komplett. Von oben nach unten. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch alles lesen. Nicht sagen, okay, das erste habe ich gesehen, das wird schon passen. Das kann in die Hose gehen. Genau wie hier, was noch nicht mal wirklich eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist. Das heißt, es ist einfach nur eine Gewichtsbeschränkung. In diesem Fall müsst ihr wirklich die Schilder ganz genau ansehen. Das ist bei uns hier zwei, drei Dörfer weiter. Ich erlebe das immer wieder, dass dort hart gebremst wird, weil das Schild nicht ganz genau angeschaut wird. Hier steht aber ein T. Das heißt, jetzt geht es ausschließlich um das Gewicht und nicht um die Geschwindigkeit. Also wirklich darauf achten, wenn ihr euch Schilder anguckt, schaut sie euch genau an. Zusatzschilder haben eine Besonderheit. Sie gelten, auch wenn da nichts ist. Das ist das Problem an der Sache. Hier steht 10 kmh maximal und Straßenschäden. Selbst wenn die Straße neu gemacht worden wäre und das Schild steht dann noch drunter, dürftet ihr maximal 10 kmh fahren. Das klingt jetzt ein bisschen komisch und viele werden das vielleicht noch nicht glauben, aber es muss halt so sein. Und das muss auch wieder aufgehoben werden. Das heißt jetzt nicht so, ach, wenn das jetzt schön aussieht, dann darf ich wieder Gas geben. Wenn dort ein Gefahrzeichen oben drüber ist, wie eben gerade mit der Amphibienwanderung, wenn dort stehen würde, Achtung Ampel, 10 fahren, dann wäre das, wenn die Ampel vorbei wäre, dürftet ihr schneller fahren. Hier steht aber nur 10 und Straßenschäden. Das heißt, egal wie die Straße aussieht, dort gibt es Straßenschäden. Das ist halt so. Das sagt das Schild. Ob das die beste Straße der Welt ist, ist in dem Fall völlig egal. Ihr dürft in solchen Fällen maximal 10 fahren. Wäre ihr schneller, wäre die Prüfung zu Ende. Achtet bitte, bitte, bitte immer auf die Zusatzschilder. In diesem Fall seht ihr, das gilt nur von 6 bis 10 die 80. Also von morgens um 6 bis morgens um 10. Hier sieht man noch relativ schlecht im Tarot, anders konnte ich das Bild leider nicht machen. Da steht 9.56 Uhr. Das heißt, wir sind noch nicht nach 10 Uhr. Das heißt, wir müssen noch 80 fahren. Das ist ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel eure Prüfung habt morgens und ihr fahrt, es kann immer sein, dass die Stadt irgendwo irgendwas hinstellt, weil irgendwelche Baustellen gemacht werden oder was auch immer, dass das nur für einen bestimmten Zeitraum ist. Da bitte darauf achten, wie spät ist es, ihr habt ja ein Tacho und da steht dann auch die Geschwindigkeit grundsätzlich drin oder ihr habt irgendwo anders im Auto eine Uhr, ihr kennt ja euer Fahrschulauto und dann bitte immer darauf schauen, bevor ihr eine Vollbremsung hinlegt, wie spät ist es denn? Wäre dort jetzt 10 Uhr 5 oder 2 oder selbst 10 Uhr 1 dürftet ihr ja schon wieder schneller fahren. Aber das muss auf der Uhr stehen im Auto. Also bitte darauf achten, wie spät ist es, gilt das überhaupt für mich, was sagt das Zusatzzeichen und danach erst reagieren und dann läuft ja auch nicht Gefahr, irgendwelche Fehler zu machen. Also nicht blind einfach auf die Bremse treten. Ebenso ist es natürlich auch mit einer Geschwindigkeitsaufhebung. Nur weil dort eine Geschwindigkeit aufgehoben wurde, heißt es nicht automatisch, dass ich sofort wieder Vollgas geben kann. In diesem Fall haben wir eine ziemlich kurvige Landstraße, das ist in einem Waldstück, ein paar Kilometer von uns entfernt. Da kann man nicht sofort wieder schneller fahren. Das heißt, nur ab hier könnte man wieder schneller fahren. Das ist wichtig für euch, dass ihr wirklich erstmal schaut, kann ich überhaupt Gas geben und wenn, wie viel? Also vielleicht kann ich hier auch nur 3, 4, 5 kmh schneller fahren. Hier sehen wir zum Beispiel, das war ein sehr sonniger Tag. Wir haben auch sehr, sehr starken Lichteinfall. Das heißt, wir haben eh so ein bisschen, es nennt sich Disco-Effekt, wenn das Licht immer so zwischen die Bäume kommt und unsere Pupille so ein bisschen ins Schwitzen bringt sozusagen. Das heißt, sie muss ständig schließen und wieder öffnen und das wird sehr schwer. Wir können schlecht erkennen, ihr kennt das von Alleen, wenn die Sonne ungünstig steht und so ist das ungefähr genauso. Das heißt, wenn ich überhaupt nicht gut sehen kann, dann sollte ich die Geschwindigkeit sowieso nur moderat erhöhen und je nach Straßenverlauf kann ich es manchmal gar nicht machen. Also wie gesagt, nicht, weil etwas aufgehoben wurde, blind aufs Gas treten, sondern wirklich jetzt mal schauen, kann ich das überhaupt? Es kommt doch immer wieder mal vor, dass irgendwelche lustigen Menschen Schilder drehen. Jetzt ist natürlich hier die Frage, welches der Schilder wurde denn gedreht? Entweder das linke oder das rechte. Jetzt überlegen wir uns das mal logisch. Wir fahren auf der rechten Seite, also alles, was für uns gilt, muss auf der rechten Seite stehen. Okay? Also die regulären 30 gelten für uns und das andere wäre für den Gegenverkehr. Das wird irgendein Spaßvogel umgedreht. Es würde auch gar keinen Sinn ergeben, weil hier ist ja gar keine Kreuzung wegen der Vorfahrtregelung. Also wirklich schauen, immer erstmal rechts schauen. Manchmal wird das auf der linken Seite nochmal wiederholt, aber wenn das linke widersprüchlich ist mit dem rechten, dann gilt auf jeden Fall das rechte und dann macht er in dem Fall dann das auch richtig. Also wirklich mal schauen, was steht auf eurer Seite der Straße. Des Öfteren wurde ich schon gefragt, auch in den Kommentaren, woran erkenne ich denn, dass ich innerorts bin? Wenn ich innerorts bin, wie schnell soll ich in der Vorsichtshilber fahren? Oder wenn ich nicht weiß, ob ich außerorts bin, wie schnell soll ich denn vorsichtshilber fahren? Also klar, wenn ich in der Stadt bin und überall sind Parken Autos und Häuser, dann kann ich in der Regel ganz gut erkennen, ob ich dort in der Stadt bin oder nicht. Aber manchmal sieht es ja so ein bisschen nach Landstraße aus. So wie in diesem Fall. Jetzt könnte man sagen, okay, ja, wie schnell darf ich denn jetzt fahren hier? Da vorne ist jetzt, ja, das sieht nach Landstraße aus. Könnte ich ja theoretisch 100 fahren. Jetzt schaut euch mal das Vorfahrtsstraßenschild an. Das steht vor der Kreuzung. Es ist ganz wichtig, wenn ihr innerhalb geschlossener Ortschaften seid, stehen Vorfahrtsstraßenschilder immer vor der Kreuzung. Das heißt, ihr wisst automatisch, dort ist 50. Manchmal so 30, aber das steht dann auf dem Extraschild. Aber jetzt gehen wir nur von der regulären Geschwindigkeit aus. Also innerhalb geschlossener Ortschaften steht das Vorfahrtsstraßenschild vor der Kreuzung. Außerhalb geschlossener Ortschaften steht das Vorfahrtsstraßenschild nach der Kreuzung. In diesem Fall haben wir jetzt also 100 kmh. Und wenn wir wieder zurückdenken, dort steht das Vorfahrtsstraßenschild vor der Kreuzung. Hier ist also 50 kmh. Da bitte immer drauf achten. Wenn ihr euch mal nicht ganz sicher seid, ist jetzt innerorts oder ist jetzt außerorts. Irgendwo kommt immer eine Straße. Ja, und so kann man sich eigentlich am einfachsten zu helfen wissen. Wenn ihr also außerhalb geschlossener Ortschaften in eine Straße einbiegt, achtet bitte erstmal rechts über die Schulter oder was heißt so rechts aus der Windschutzscheibe raus. Immer erstmal ist dort ein Vorfahrtsstraßenschild oder ist dort kein Vorfahrtsstraßenschild. Weil wäre dort kein Vorfahrtsstraßenschild, wärt ihr ja noch innerorts. Wäre es, ist es jetzt außerorts, habt ihr dort das Vorfahrtsstraßenschild. Also wisst ihr, von vornherein schon ungefähr, wie schnell ihr dort fahren dürft. Da wir jetzt zurzeit Herbst haben, haben wir ja auch viel Regen, viel Wind und so weiter. Und manchmal ist auch viel, viel Regen und das fließt nicht sofort alles ab. Achtet bitte immer drauf, ob ihr irgendwelche Pfützen irgendwo habt. Es ist ganz wichtig, dass wenn ihr fützt, hier in diesem Bereich, ist es sogar an der Fußgängerampel. Und das wäre natürlich ja nicht besonders schön, wenn ihr dort jetzt schön durch diese Pfütze durchfahrt. und dort eventuell Fußgänger stehen und ihr die nass spritzen würdet. Ihr dürft aber auch nicht da durchfahren, wenn da keiner ist. Also jetzt können wir sagen, ja klar, da ist ja keiner und so weiter. Aber gewöhnt euch gleich dran. Nicht, dass ihr da einfach hier ja die große Spritzparty macht und weil das ja so einen Spaß macht und irgendwann vergesst ihr das Ganze. Also wirklich achtet drauf. Ihr wisst ja auch nicht, warum ist da diese Pfütze. Ist dort vielleicht ein tiefes Loch drin? Was ist in dieser Pfütze? Das wisst ihr alles nicht. Deswegen ganz wichtig, achtet drauf, dass wenn ihr dort Pfützen habt, dass ihr immer so einen leichten Bogen drum macht. Es gibt natürlich noch viel größere Pfützen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Spurrillen auf der Landstraße sind auch so eine gefährliche Sache, wenn es so wie hier ist, dass sich dort wirklich viel Wasser drin sammelt. Es kann sein, dass irgendwelche Land- oder beziehungsweise Bundesstraßen mit starkem Lkw-Verkehr frequentiert sind und dass dort der Asphalt, wenn es warm ist draußen, so richtig niedergedrückt wird und richtig so durchgeknetet wird, sodass da Rinnen entstehen. Wie in diesem Fall hat es dann stark geregnet und dort haben wir wirklich starke Wasserbildung. Denkt bitte ans Aquaplaning. Wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt immer ein bisschen im Versatz zu diesen Rillen. Schaut, dass ihr nicht dort in diesen Pfützen drin fahrt beziehungsweise in diesen kleinen Bächen sozusagen. Ihr lauft immer Gefahr, dass ihr mit dem Fahrzeug aufschwimmt und dass das Fahrzeug eine kurze Strecke unkontrollierbar wird. Also bitte darauf achten, dass ihr nicht in den Aquaplaning-Bereich kommt, sondern immer leicht im Versatz. Wenn ihr jetzt wieder zurückfahren müsst, weil Gegenverkehr kommt oder was auch immer, dann immer schaut, dass ihr dort vorsichtig reinfahrt. Nie hart reinzieht, sondern möglichst auch vom Gas runter geht, damit ihr sanft darüber geht, damit das Fahrzeug nicht im schlimmsten Fall ins Rutschen gerät. Hier haben wir das nochmal mit der Pfütze. Hier haben wir sogar eine sehr, sehr große Pfütze. Ihr wisst niemals, warum diese Pfütze da ist. Ihr wisst nicht, ob das jetzt gut abfließt, ob da vielleicht ein dicker, fetter Krater im Boden ist, der sonst bei normaler Witterung gut erkennbar wäre. Aber ihr seht schon, alle sind hier ausgewichen. Die zwei Fahrzeuge, die vor uns gefahren sind, die sind beide auf der linken Seite rüber und fahren erst nach der Pfütze wieder rüber. Wir machen das jetzt in dem Fall natürlich auch. Da das ja ein Foto ist, kann man das jetzt nicht sehen. Aber ihr seht aber auch noch rechts, der von der Stadtreinigung, der das Laub zur Seite bläst. Das wäre natürlich schon eine Frechheit, wenn man da jetzt durchfährt und die Nass spritzt. Sowas macht man nicht. Das ist auch verboten. Aber wir müssen, weil es eine Gefahrstelle ist, wir wissen nicht, was darin los ist, auf jeden Fall ausweichen. Sollte das nicht gehen, müssten wir im schlimmsten Fall sogar anhalten. Weil ein Hindernis ist ein Hindernis. Ob das jetzt eine große Pfütze ist, wo wir nicht wissen, was darin los ist. Jetzt kann man sagen, ich kann ja langsam durchfahren. Da wissen wir aber trotzdem nicht, was darin los ist. Ihr müsst auf jeden Fall ausweichen. Stellt euch vor, es wäre ein Baum oder ein Auto oder was auch immer. Da könnt ihr auch nicht einfach durchfahren. Also in diesem Fall auf jeden Fall ausweichen. Das waren jetzt wieder viele, viele Eindrücke, auch aus Fahrstunden, die ich euch gerne mitgegeben habe. Ich hoffe, dass es euch heute natürlich auch gefallen und die Informationen haben euch weitergebracht. Und so, dass ihr das Ganze noch ein bisschen, ja auch ein bisschen intensiver auch betrachtet, das Ganze. Achtet immer auf die Geschwindigkeiten. Was steht auf den Schildern? Was steht auf den Zusatzschildern, falls welche da sind? Wie ist der Boden beschaffen? Was herrscht dort vor? Achtet bitte mal auf die ganzen Sachen. Und dann kommt ihr auch sauber durch die Führerscheinprüfung und besteht dann die ganze Prüfung auch natürlich. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei der Ausbildung. Natürlich auch viel Erfolg in der Prüfung und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.